Herr Bundeskanzler, ich habe eine Frage zum Energiegeld. Für mich ist nicht klar, warum dieses Energiegeld auch versteuert wird. Leute, die viel Geld verdienen, ich zähle übrigens dazu, die brauchen eigentlich nichts. Und Leute, die ganz wenig Geld verdienen, die brauchen viel mehr. Und das führt dazu, dass ich auf diesen Betrag, um es sehr persönlich zu sagen, eben den Steuersatz zahle. Den ich zahle, der ist viel höher als ihrer. Und andere, die ganz wenig verdienen, eben viel weniger. Und das haben wir versucht, dadurch etwas gerechter zu machen.